ja schönen guten tag es geht um die bpm roadshow 2013 im juni von opus consulting die wir gemeinsam durchführen mit oracle und der firma kamunda und wir präsentieren hier ja so eine art shootout ein vergleich von von zwei verschiedenen ansätzen für das thema bpm zum einen die produkte der firma oracle und die produkte der firma kamunda hierzu werden wir in der roadshow diese beiden produkte gegeneinander stellen unsere spezialisten werden auf beiden seiten projekte vorstellen und die vorzüge und nachteile gegenüberstellen und es gibt eine menge raum für sie ihre fragen zu stellen um passgenau ihre bpm lösung später implementieren zu können hierzu werden wir ja eine sehr offene atmosphäre haben so dass jederzeit fragen möglich sind wir werden gemeinsam versuchen auf ihre probleme einzugehen und zu zeigen was für lösungsalternativen es gibt wo das eine besser passt wo es andere besser passt und verstärkend sind die kollegen von oracle da und die kollegen von kamunda dass wir da ein richtig expertenforum haben ein panel haben so dass sie an ihre fragen loswerden können bauen sie sich ihre passgenaue lösung mit oracle oder mit kamunda tools auf